Das ist nur hinten da hoch. Das ist nur ein bisschen Nachteil von uns, aber das sollte eigentlich gehen, hoffe ich mal. Einiges haben wir da hinten fest. Oh Mann, na gut. Was hört denn hier aus? Wir haben zwar einen massiven Nachteil im Berg, aber... Unsere Armee ist trotzdem stärker. Was ziehst du denn hin? Da hoch oder was? Ich möchte mal Lindy schon raus, zufällig. Nö. Was haben wir noch dabei? Klempchen. Klempchen ist hier hinten oder was? Okay. Was ist jetzt passiert? Raffenburg 2. Mhm. So. Gewaltmarsch. Unbedingt. Gewaltmarsch. So. 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 die da so einsam rumstehen aha dann habe ich ja nirgendwo ne ich das hier irgendwo auf blocken wo heik sie müsste man auch mal angreifen wie das weg ist bei gelegenheit so mein lindy willst du raus bestimmt dem ko So, 7% ist okay. So, 7% ist okay. Gehen wir denn als nächstes Jem, hätte ich gesagt. Wir müssen uns ja schon mal positionieren. Und Vengan wollte ich auch. Boah, hier können wir überall Gewaltmarschein machen. Ach, da unten wollte ich ja auch. Stimmt ja. Gewaltmarsch. Der Waldmarsch. Nehmen wir mal die Truppen. Das sollte reichen. Darunter muss man auch noch irgendwie. Okay. 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 Hmm. Da wird sie im Verwässern. Ne, brauchen wir nicht mehr. Klemmen wir bestimmt nicht raus, vermutlich. Nehmen wir uns erst mal, dass hier unten alles ist. Wenn es ganz schön ausschaut, machen wir hier noch zu. Den Übergang. So, vielleicht... So. So. Deinen Looks, was dagegen ist wirklich. Okay. Ja, Mama ist so. sehr schön damit lässt sich doch leben da kann man ja mal eine darunter ziehen wenn ich gerade schön exiliert sind die andere ich mir die dahin ziehen wir dich daher das war's mehr habe ich nicht okay die kismus konvertieren wohl kaum so jetzt mal gucken was die ganzen neuen staaten waren so da Halt, ausblendern, dann kommen wir hier. So, da war nix. So, da war nix. So, schau mal, das reicht an. So, bei wieviel sind wir denn? 36.000, hmm, das ist natürlich ein bisschen zu viel. Ich könnte hier nochmal einen neuen Start machen. Ja, das ist mir ne Idee. Und zwar, Athen geht nicht. Ach ja. Ja. Was ist denn für ne Farbe? Ne, es geht ja nicht. Blau. Das passt. Moria. Pyrrhos. Martin. Die kleine Kofu. Tessalien. Historia. Ja. Ja, geben die zwei auch noch. So. Machen wir das mal so. 94. Past. Machen wir das annektieren schon? Müssen wir es dann beziehen verbessern? Sonst wird es nicht. Sonst wird es nicht. Nehren. Aber. Nehren. Ja. Enein. So, ich höre zu unten aus, es ist noch ein Krieg, ok, wenn sie irgendwo hinstellen. Da oben. Geben wir Mystik ausnahmsweise. So, Iron, das Kano in Niederlande verbindet. Ah, genau, gegen Jemen wollte ich mal vorgehen. Gara und Dili verbindet. Dili wäre nicht dabei. Das ist natürlich auch super. Machen wir doch gleich mal weiter. Und Jemen auch. Okay. Okay. Das ist schön. Oh, das geht ja schnell. Ich meine, der ist eine Hauptstadt. Hallo? Das ist die Hauptstadt? Nö, ne? Hä? Da. Oh. Das soll ich noch sehen. Mein Leben in Garn war zuerst da. Verdammt. Oh. Oh. Nein. Oh. 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 stein namen kongolesischen nationalisten sowas aber auch gut darunter müssen auch noch fällt mir gerade so auf das ist ja schön das ist österreich kongoles verbindet mit da oben mhm Hier ein bisschen was besetzen, solange die noch im Krieg sind. Dass wir das noch nicht geholt haben, dürften dann gern mal Frieden machen, bei Gelegenheit. Da kriegst du mit Kosten Provinzen, das ist gut, das können wir gut gebrauchen. Was ist denn das hier, Dahomi? Kongo unser geil, Musi ist mit Kanekorum und Dairengi. Der jene meine ich, das ist eher uninteressant. Echt, die anderen schon da alle. Ja. Sind sie aber gar keine Rekruten mehr. So. Scheint pur vergründet, das sind die hier oben. Ja, das tritt sich gut. Ja. 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 machen wir jetzt weiter und lösen ist mir wo frankreich wäre dabei mal akkuriert nee das finde ich gut tempo könnte man zum was sein machen was haben wir dann davon nicht viel also frankreich möchte kriegt okay ich habe gar keine truppen männer das ist blöd kongo vielleicht garantiert man 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 ist ja alles doof schwierig schwierig muss doch erstmal gegen bingan vorgehen glaube ich wollte ich aber eigentlich gar nicht irgendwie frankreich dazu bringen dass die das nicht mehr machen leider nicht ich darum toppen ist ja auch blöd ich muss wieder zurück nützt nichts und hier muss man auch ein abziehen so da ist einer das passt hier unten muss man mal warten bis sie beendet haben und zwar hier bloß und die eine wohin so da ist richtig ja keine truppen mehr da oben da wartet man so lang ist mir recht preußen hat uns beleidigt die schweine ok so kann ich mal der frieden wenn die schon treuer oh hallo wir sind ja auch schon da ja was denn da bin ich Frankreich und Toskana Toskana ist mit Frankreich, Argan, Savoyen verbindet so viele verbinde dann holen wir uns erstmal Salzburg oh ich war noch nicht okay da war frieden sich jetzt eigentlich aus dem kleid durch ok teuer alles hier wieso zahlen mir so viel ist das von korruption bekämpfen schon möglich ja ja die festung mal abreißen sind teuer und unnötig außerdem alles unten sehr schön ach hier war noch was da war ja noch ein kleiner krieg ganz vergessen die nehmen total vergessen das geht natürlich nicht so was ist jetzt hier los sieht auch schlecht aus für die taffayette und mari marius verbindet mit ok kommen wir irgendwie rüber was ist denn das die da ok passt komisch ist jetzt los jetzt ok ich kann die manpower man, ist sie an der Erfisch kann man hier schon schön frieden aushandeln komplett komplett all dein geld nimmer mongolisch indien sehr schön zu viele punkte ja Ei, ei, ei. Vielleicht wieder zu viel. Mann, Mann, Mann. Ah, ich weiß, glaube ich, woher ich so viel Geld bezahlen muss. Ich hatte da eine Institutionsförderung am Start. Fällt mir gerade ein. Äh, da. Ja. Wissensteilung. Schaut's aus. Noch nicht so ganz. Kriegsmüdigkeit. Team verbessern. Ein Name, was sollen. Team-Verbesserung. So kann man das machen. Steck mal hier was rein. Auch wenn's arschteuer ist. Was soll's? ART March 1. Check a one. Aha. Guck dir se nicht. So, Jem. Was möchtest du mir geben? Stimmt das hier hinten alles, oder? Da bin ich doch sehr zuversichtlich. Kann ich alles bekommen. Sehr schön. Noch den Übergang. So, so ist gut. Das gefällt mir. Kein Geld kriege ich schon dir. Das ist ja doof. 49 Prozent. Da müssen wir fast noch ein Basal machen. Oh. 49 Prozent. Das ist wieder alles gegen mich. Hier schweine. Oh. 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 Das ist doof. Böhm auch. Das würde gehen. Das würde ich erst mal mit den anderen Frieden machen, glaube ich. Hm. Das ist natürlich doof. Guck mal. So. würde ich mal sagen ich habe schon wieder zu viel verdammt viel zu viele punkte für noch ein bisschen das große plündern geht hier los das ist einfach nicht schön viel zu viel punkte hat so das war's oder? habe ich auch schon das läuft auch okay so 124 okay da muss ich noch eine dings erstellen salzburg danke so das sind die fitzl magdeborsche ja wenn sie meinen plündern das kann weg so jetzt muss ich glaube ich erst mal ein neues dings erstellen am besten hier oben ja noch ein satellitenstart vernünftige farbe noch ist blau mal war ist das? jan bischen sie bitte moroba ja wackeln land das da das da das da das war's okay so schauen wir mal 84 passt und den rest behalten den rest wird sich sein nachholen denke ich mal vermutungsweise da haben wir uns dann das mit denen da warten wir aber noch ein bisschen glaube ich hier können wir nicht weiter wegen frankreich und könnte Cylon anaktieren glaube ich nicht mehr doch nicht mehr aber nicht mehr aber nicht mehr denn wir ist da die mögen uns auch nicht mehr so besonders oder wo es geht noch tunesische nationalisten eben ist doch nicht ganz weg ok so umgang wenn habe ich denn da hingeschickt man denn wieder äußern sich dabei sehr schön lüte schwer dabei ist in lüte ist hier so die religion aufgeteilt alles protestantisch blöden preußen ach Moment ich wollte hier noch annektieren so die drübe müssen basal machen Frankreich das ist natürlich doof da haben wir fast zu wenig Armee für die könnten noch was ausheben machen wir das mal Ungarn hat Böhmen den Krieg erklärt okay ich bin egal müsste eigentlich auch mal mit Gujarat verbündet na wohl nicht ich bin egal schwierig schwierig kann ich hier unten irgendwas machen in Portugal vielleicht Frankreich Castile in der Nähe in der Nähe in der Nähe wäre noch eine Option große 43 Prozent wird nicht ganz erreichen für die und nur die das kann auch niederlande niederlande wäre auch ein schönes ziel glaube ich ist natürlich auch nicht so einfach hier die ecke ich könnte auch bald mal sterben hätte ich auch nix dagegen was kriegsspiele mehr professionalität gegen geld kann man sich ein ganzes stückchen ausgenommen wie machen wir das am blödesten gegen malaka ich habe es nicht dabei wegen schulden ja die hauptstadt da unten preußen mit reinnehmen ja noch ein führer danke da kommen jetzt nicht rüber aber das so oh hallo ich glaube ich brauche noch anführer wird nützt einfach nichts so so na toll so war das ja nicht gedacht oh komm mal da ran ne 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 gut gleich in der hauptstadt mit latin bis da hoch na geil gut gleich in der hauptstadt